Was ist das für ein Halbort, keine Halbort auf Bühne mit? Ja, was man eigentlich erwarten kann, dass das eigentlich am Boot ist, ne? Ja, da schießen wir mal, dass das selber kommt, das kann ich nicht mehr machen. Jetzt ist es zu schießen, das ist ein Einspiel, das ist ein Einspiel, das ist ein Verschrunger, das gab sie hier, das reicht doch nicht. Sollte Böse uns hier. Ja, ich hätte auch sowas gedacht, ich hätte auch alles gedacht. Wir haben jetzt Kaffels festgebunden bei seinem Boot, das wollen wir nicht verpacken, wenn er da ist. Das ist das Nächste, du kommst ja gar nicht in den Bechhaus runter, Bernd. Am Ende kommst du gar nicht bis hin. Ihr habt erst mal doch nicht gegessen, bevor ihr rausgefahren seid, oder? Nee. Völlig schön entkrastet, ne? Alter, dann sagst du ehrlich, da war auch noch eine Band. Das ist echt. Das geht vor drei Stunden. Aber... Wichtig ist, dass du deinen Tisch fest reinfragen kannst, dann... Ja. Das wird schwer. Der muss erst mal wieder als Gilt dran, vor allem. Dem Obenkartu, das ist bestimmt Irrweh, was wir hier machen. Und dann, wenn das andere große Kaffeln noch nicht mit der große Kaffeln sind, wenn das gemessen ist, dann bin ich so leider. Und das volle so rüber, und dann müsst ihr sehen... Jetzt kommt er! Jetzt kommt er schnell. Los! Noch ein Stück. Noch ein Stück. Willst du das verfehlen? Die Kaffeln ist so hoch. Pass nur auf den Haar drauf. Ja, ja. Entschuldigung. Noch ein Stück heran. Ja, gut. Ja, gut. Nicht abtauchen lassen. Ja, gut. Ja, gut. Weg ist er. Gut geht ab, oder was? Hast du ihn? Zweite Dach. Andere Seite. Kannst du mal aufpassen? Ja. 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 Zähl. Zähl. Nimm dich! Oh nein! Was ist das? Schiss von her. Beine hoch! Ja, mach das! Halt! Ja, das ist gut. Geh doch weg, damit er hinten hochschlägt. Ich danke euch, ey. Ich danke euch. Wir danken dir. Frau Mona, hast du nicht oft, wenn du filmst, alle? Elfie, löschen. Wir danken euch, dass wir Spaß haben. Wir danken uns in der Bahn, ne? Wir danken uns in der Bahn, da saufen wir einen schönen halben Lüttel, egal wie viele. Genau. Geh mal rüber. Geh mal Zollstattung, bitte. Und Bandmaß haben wir jetzt den Zollstattung? Doch, Bandmaß habe ich auch. Wiegen kann man denn? Nee, wiegen kann man nicht. Ich denke mal, der wird 5 Kilometer mehr haben. Komm, Frank, erzähl mal noch. Wie wir gezerrt haben. Ja, Frank, weiß nicht. Überleg mal, wenn du die drei Mann hast, dass du den aus dem Wasser hast, das ist in der grünen Lidl-Tasche vorne drin, in dem Reifschluss. Wir durften gerade hier helfen, diesen guten Heilbutt zu fangen. Der zittert noch, ne? Die Hände zittert, ich hätte den ganzen Arme zu der Sorge. Das ist meine. Erzähl was über dich. Drei Meter lang. Ach du meinst, das ist ja eh. Du hast gerade die Bayern geschlagen. Das gibt's wirklich. Spitze? Ja. 1,94. 1,94. So, lassen wir den Wattler einfach mal als Angeln wollen, jetzt den großen Bruder fangen. Ja. Ja, mach doch mal so, ich schätze. Der wiegt also locker über uns händler. Ey, der muss jetzt mal das mit Kilo ab. Die nehmen die aber immer alles so in den Raum, ne? Wir haben genug gefangen für heute. Elegweite von 1,94 Meter. Denken wir gerne an alle Tage, ne? Ich habe jetzt noch die Knochenweh von der vielen Arbeit. Ja, genau. Wenn es anpassen lassen, haben wir natürlich die eine von den anderen, das war, weil die Drecksarbeit in Faberma, wir haben halt die schwere Akkultur, die haben wir gefangen. Ja, natürlich haben wir hier gefangen, ja. Ja, ja. Aber jetzt fahren wir mal ein tolles Boot, wie das kann man sehen. Und hier mal Kohlbeleut, ja, fahre ich jetzt schon alles gut zurück, ne? Also mit 6,5 Meter Flühen hier. Die 5,5 Meter Flühen? Nein, nein, zurück, die Spitze melde ich auch. Jetzt ist jetzt ein Rechenrad zurück. Und du musst recht rein gehen, was sind da weg. Die war auch überrennt, die war auch angemalt, da ist es nicht. Ja, überrennt. edenkackier Eine Sie spielen Oder Sie spielen Denkackier Und Sie spielen Oh, Sie spielen und Sie können Sie können Sie sind